Hermann Broch, die Heimkehr des Vergil. Stahlblau und leicht, getrieben von einem leisen Gegenwind, waren die Wellen des Adriatischen Meeres dem kaiserlichen Geschwader entgegengeströmt, als diese sich der kalabrischen Küste genähert hatte, und jetzt, da es die flachen Hügel zur Linken langsam dem Hafen Brundisium zusteuerte, jetzt, da die sonnige und doch so todesahnende Einsamkeit der See sich immer mehr ins friedvoll, freudige menschliche Tätigkeiten wandelte, genähert dem menschlichen Sein und Hausen, jetzt, da die Gewässer sich mit vielerlei Schiffen bevölkerten, mit solchen, die gleichfalls dem Hafen zustrebten oder die von dort her kamen, und die braunsegeligen Fischerboote bereits, die weiß bespülten Ufer, die kleinen Dörfer, die kleinen Molen verließen, um zum abendlichen Fang auszuziehen, da war das Wasser beinahe spiegelglatt geworden. Palmuttern war darüber die Muschel des Himmels geöffnet, es war Abend, und man roch das Holzfeuer der Herdstätten, so oft die Töne des Lebens, ein Hämmern oder ein Ruf, von dort her herbeigetragen wurden. Von den sechs Trirämen, die in entwickelter Kiel-Linie einander folgten, trug die zweite, die größte und reichste von ihnen, mit bronzebeschlagenen Wänden und unter Purpursegeln, das Zelt des Augustus. Und während die erste und die letzte dem Transport der Leibgarden dienten, hatten die übrigen das Gefolge des Cäsars an Bord, doch auf jener, die der Augustäischen folgte, befand sich der Dichter der Aenees, und das Zeichen des Todes stand auf seiner Stirne geschrieben. Hatte er jemals anders als im Angesicht des Todes gelebt? War ihm die palmutternde Schale des Himmels? War ihm das Singen der Berge? War ihm das länzliche Meer? War ihm der Flötenton des Gottes in der eigenen Brust je etwas anderes gewesen als ein Gefäß der Sphären, das ihn bald aufnehmen sollte, ihn zur Ewigkeit tragen sollte? Ein Landmann war er gewesen, einer, der den Frieden des irdischen Seins liebt, und doch hatte er bloß an dessen Rand gelebt, am Rand seiner Felder, und er war ein Ruheloser geblieben, einer, der den Tod flieht und den Tod sucht, der das Werk sucht und das Werk flieht, ein Liebender und dennoch ein Gehetzter, der ein Leben lang durch die Landschaften geirrt war und den es schließlich als 50-jährigen Sterbenskranken nach Athen getrieben hatte, als könnte ihm, nein, dem Werk dort, eine letzte Erfüllung und Vollendung werden. Wer vermag inneres und äußeres Schicksal zu unterscheiden? Das Schicksal in seiner Dunkelheit hat es so gewollt, und Schicksal war es gewesen, dass er dem kaiserlichen Freund in Athen begegnet war, so sehr Schicksal, dass die Aufforderung des Augustus, mit ihm in die Heimat zurückzukehren, wie ein Befehl der unabweislichen Gewalten gewesen war, der unabweislichen, den man sich zu unterwerfen hatte. Wer giel, den kranken Leib auf das Lager gebettet, über dem die Segelrad mit der von Zeit zu Zeit dröhnenden Leinwand in den Tauen knarrte, sah die weißbesäumte Strandlinie vorbeigeleiten, er spürte den Takt der 200 Ruder unter sich, er hörte das Gleiten des Schäumen des Kielwassers und den silbernen Gruß, der mit jedem herausheben der Ruder einsetzte, er hörte ihr wieder eintauchen, und gleich einem Echo klang das Nämliche von dem vorausfahrenden kaiserlichen und von dem nachfolgenden Schiff herüber, er sah auch die Menschen auf dem Deck, die Leute des Hofstaats, die mit ihm fuhren, trotzdem nicht mit ihm, denn sein Reiseziel lag ferner als das ihre. Schon sank die Dämmerung, als man Brudisiums schmale, fjordartige Einfahrt erreichte. Vor den Kastellen links und rechts des Kanals war zu Ehren des Cäsars die Besatzung aufgestellt, ihre Begrüßungsrufe flogen auf, flatterten in dem grauen Licht, beinahe verwelkt in Herbst abendlicher Feuchte, und vergil aus müden Augenwinkeln hinblinzelnd, war von einem roten Punkt in dem Grau gefesselt, und obgleich es sich nur, als das rote Vexilium eines Fahnenträgers erwies, der am Flügel seiner Manippel postiert, im Takt der Rufe die Stange mit dem Feldzeichen hochstieß, so war dieses im Dämmernebel vergehende Rot weit mehr ein Abschiednehmenden eine Begrüßung. Doch unterhalb der Befestigungen, bis herab zum steinigen Ufer, war der Hang mit Sträuchern bewachsen, und gleichsam, nach ihrem Laube greifend, streckte der Kranke die Hand aus. Wie weich war die Luft, Bad des Innen und Außen, Bad der Seele, fließend aus dem Ewigen ins Irdische, Wissen vom Kommenden, dem Diesseitigen und dem Jenseitigen. Am Bug des Schiffes sank ein Musikantensklave, und Lied wie Seitenspiel, Menschenwerk beides, waren in sich beschlossen, Menschen entfernt, Menschen entlöst, Sphärenluft, die sich selber singt, die Töne in sich eintrinkend, atmete Vergil, die Brust schmerzte ihn und erhustete. Dann wurde die Stadt im Inneren der Bucht sichtbar, die heller leuchtete Reihe der Häuser am Kai, eine Osteria neben der anderen, und davor die Menge, die sich angesammelt hatte, um der Ankunft des Cäsars beizuwohnen, vielleicht 50.000, vielleicht 100.000 Menschen, ein gewaltiges, schwarzes Summen des Auf- und Abschwoll. Auch auf vielen der verankerten Schiffe ringsum gab es schreiende Menschen, beleuchtet von festlichen Fackeln, und doppelt dunkel wuchsen die Maste und Taue und die gerefften Segel, ein sonderbar finsteres, verkreuztes und verwirrtes Wurzelwerk aus dem Wasser in den noch lichten Himmel hinauf. Vorsichtiger und langsamer wurden nun die Ruder eingetaucht. Das Kaiserschiff war schon bis an den Kai geglitten, wo es an dem vorbestimmten, von bewaffneten, freigehaltenen Platze anlegte, und es war der Augenblick, den das dampfbrütende Massentier erwartet hatte, um sein Jubelgeheul ausstoßen zu können, endlos, erschütternd, sich selbst anbetend in der Person des Einen. Immer war Vergil vor der Masse zurückgeschreckt. Nicht, dass sie ihm Furcht einflößte, aber er empfand die Bedrohung, die in ihr lag, die aus ihr geboren wurde und das Menschliche gefährdete. Eine Bedrohung, die Mitleid einflößte und zugleich zur Verantwortung aufrief. Ja, zu einer so großen Verantwortung, dass er oftmals schon gedacht hatte, unter ihr zusammenbrechen zu müssen. Krank und todesnah von solcher Last geworden. Mitunter freilich meinte er, dass diese Verantwortung nicht seine Sache wäre, vielmehr, dass sie ausschließlich den Augustus anginge. Aber allzu genau wusste er, dass die Verantwortung, die der Augustus auf sich genommen hatte, von ganz anderer Beschaffenheit war. Spanien war besiegt, die Paten hatten sich unterworfen, die Bürgerkriege lagen weit zurück. Das Reich schien gesichert, befriedet und wohlhabender, als es je gewesen war. Und doch war das Drohende vorhanden. Ein drohendes Unheil, das auch der Augustus nicht abzuwenden vermochte, trotz seines Priesteramtes, ein sogar den Göttern unerreichbares Unheil, das von keinem Menschen geschreit zu über Täuben war, war er noch von jener schwachen Seelenstimme, welche Gesang heißt, und die, das Unheil ahnend, das Heil verkündet. Wieder ertönte das Jubel Gebrüll, Fackeln wurden geschwungen, Befehle durchhalten das Schiff, dumpf flog ein vom Land geschleudertes Tau auf die Deckplanken, und zwischen dem Getrappel der vielen eiligen Füße lag der Kranke. Aber in seinem Herzen war das Wissen um die Hölle.